Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Mini-Let's Play von mir, dieses Mal 10 Minutes Space Strategy. Es soll ein Spiel sein à la Master of Orion 2, nur wesentlich schneller vom Spielprinzip her. Daher auch der Name. Allgemein nennt sich diese Art von Spiel wohl 4X und ich kenne mich damit noch nicht so wirklich aus. Das heißt, wir machen einfach mal ein neues Spiel. Normalerweise ist das Spiel jedoch auf Englisch, es gibt aber einen deutschen Sprachpatch dafür. Also, was können wir noch in Optionen einstellen? Lautstärke, Vollbild, okay. Also es ist blind, das heißt, ich werde auch ein wenig langsamer an das Spiel rangehen, um halt wirklich alles mitzubekommen, denn ich habe mir sagen lassen, es gibt kein Tutorial. Das könnte schon mal das Ganze irgendwie nicht schwierig gestalten, aber ich bin in dieser Art von Spielen recht bewandert, also hoffe ich mal, dass das alles natürlich irgendwie von der Hand geht und dass das Spielprinzip so designt ist, dass es einigermaßen einsteigerfreundlich ist bzw. das Interface intuitiv. Also neues Spiel. Wir haben Spieler 1 und Matzi. Spieler 1 bin wohl ich. Ich bin Gerugon. Wir sind eine komische Kugel. Mensch, ja richtig, das ist ein Computergegner. Gucken wir uns erstmal uns an. Wir sind Farbe blau, ist okay. Die Gegnerfahrer mache ich mal auf rot. So, Standard Militär, blau freundlich, rot feindlich. Einstellung. Wow. Das erinnert doch wirklich arg an Master of Orion 2. Da konnte man sich ja auch eine Rasse selber generieren. Ich mache mal alle Häkchen weg. Dann haben wir hier 8 von 8 Punkten. Okay. Also, wir sind Gerugon. Wir sind Rasse Silikonwesen. Ein Physikprofessor hat mal gesagt, dass wenn es Silikonwesen geben würde, bräuchten sie für die Paarung so lange wie das Universum alt ist oder so ähnlich. Aber ja, theoretisch soll es möglich sein. Und damit sind jetzt glaube ich keine Roboter gemeint, sondern wirklich aus Sand oder Sediment bestehende Wesen. Die haben 50% Bevölkerungswachstum und Megapolis. 2 Max Bevölkerung, 100% Bevölkerungswachstum. Also das widerspricht absolut dem, was ich gehört habe. Aber na gut. Silikonwesen gibt es also. Was gibt es noch? Ein Cyberkollektiv. Das klingt ja schon mal sehr ansprechend. Sie sind sehr effektiv und sie sind teuer. Okay. Also sie sind 20% effektiver. Bombe-Produktion ist zweimal schneller. Realität-Technik Stufe 3. Heißt, dass sie fangen auf Stufe 3 an? Das klingt schon mal sehr praktisch. Wenn wir den Gegner ganz schnell überrollen wollen. Und Omnifabrik ist teuer. Ausrufezeichen. Baut gleichzeitig Jäger und Bomber. Ha. Also es gibt wo irgendeine Art von Ressourcen und das wird hier teuer sein. Also erst interessant im späteren Spielverlauf. Baut gleichzeitig Jäger und Bomber. Gibt es also nur Jäger und Bomber? Hm. Gucken wir mal ganz kurz weiter. Ah, das war's schon. Ah ne. Tentakelwesen. Dazu sage ich jetzt mal nix. Verwandelt eine zufällige Anzahl Raummonster in Jäger. Das klingt sehr praktisch. Und ein Opfer-Tempel. Opfer zwei Bevölkerungen für 200% Bevölkerungswachstum. Sehr skurril. Okay. Insektenwesen. Plus eine Bevölkerung auf einem Planeten, plus eine Bevölkerung zum Start bei der Planetenverteidigung, werden viermal mehr Jäger abgeschossen. Schwarm. Sehr teuer. Forscht. Forscht. Produziert Jäger und fügt eins maximale Bevölkerung zu. Wird es zerstört. Erhältst du sofort 50 Jäger. Hm. Okay. Amazon. 20% Forschungsgeschwindigkeit. Beginne auf Stufe 2 in allen Technologien. Forschungslabore aber in zweimal schneller. Babylon-Projekt. Da steht komischerweise nicht teuer hinter. Jedes Mal, wenn es gebaut wird, erhältst du 100 Forschungspunkte. Also das sind die Intellektuellen. Was in einem langen Spiel bestimmt vorteilhaft war. Also ich weiß, bei Master of Horizons habe ich meistens diese kleinen mit dem großen Kopf genommen. Die waren halt auch sehr auf Forschung ausgelegt. Aber dafür muss das Spiel halt sehr lange dauern. Und gerade der Anfang war ziemlich schwierig. Ähm. Ich denke mal, wir sollten irgendwas nehmen, was möglichst schnell möglichst viel Bums macht. Und da passen die Amazonen nicht so. Menschen. Zwei Kolonischiffe am Start. Plus ein Schiffbewegung. Plus 15% Baugeschwindigkeit. Das klingt praktisch. Spezialgebäude? Keine. Hm. Ne, ne. Ich glaube, ich nehme mal diese Cyberwesen. Genau. Cyberkollektiv. 20% effektiver. Roma-Produktion schneller. Militärstufe auf 3. Also dürfte von vornherein gut Schaden machen. Typ der Heimatwelt. Lava. Wasser. Wüste. Also Cyber und große Hitze verträgt sich allgemein nicht so. Und Wasser eigentlich auch nicht. Wüste schon mal gar nicht. Ähm. Okay. Nehmen wir mal Wasser als Kühlmittel, das hoffentlich nirgendwo reinkommt. Leitgedanke Krieger. Oh. Oh. Die Fähigkeiten hier hängen gar nicht von der Rasse ab, sondern von dem da unten. Ah. Okay. Ja, nö. Dann nehmen wir die einfach nur der Optik halber. Und Krieger, damit wir die Sachen bekommen, die wir vorher auch haben wollten. Ah. Und der Leitgedanke stellt automatisch auch gleich die Sachen hier unten fest? Nee. Hm. Also Leitgedanke scheint die Fähigkeiten hier oben zu beeinflussen. Und das... Und die Rasse, die hier unten. Heißt, wir könnten jetzt theoretisch das hier abändern und es so einstellen, dass es für uns am effektivsten wäre. Der Haken dabei ist jedoch, dass man dadurch meistens eine zu mächtige Rasse erschafft. Also das kenne ich bei Master of Orion 2, da war das genauso. Man konnte entweder eine vorgefertigte Rasse übernehmen oder sie nach seinen eigenen Vorstellungen anpassen. Und ähm. Als alter Power Gamer findet man da zu schnell die Lücken im System. Also werde ich das wahrscheinlich so lassen, wie es jetzt ist. Wir haben Stellarer Kontrolle. Jeder Jäger zählt doppelt. Bei der Kontrolle eine Anomalie. Was auch immer eine Anomalie ist. Aber es wird wohl eine Art von Ressourcen sein. Das heißt, wir kommen schneller an Ressourcen rein. Ja, das ist doch ganz gut. Alles für die Kriegsmaschinerie. Wir haben Flucht. Jedes tödlich getroffene Schiff hat eine Chance von 10% zum nasgelegenen, freundlichen Planet zu entkommen. Umso besser. Wir können also schneller Schiffe produzieren und wir verlieren weniger Schiffe. Natürliche Panzerung. 10% Effektivität der Panzerung deiner Schiffe. Sehr schön. Sturmangriff. Deine Truppen geben niemals auf. Das widerspricht irgendwie der Flucht. Erhöhe die Effektivität deiner Truppen bei deiner Schiffe um 50%. Wenn die gegnerische Streit macht, mehr als doppelt so groß ist wie deine. Ähm. Okay. Dann würde es sich ja anbieten, wenn wir ganz viele kleine Floppen benutzen würden. Was haben wir hier noch? Beobachter. Jeder deiner Kolonien erzeugt einen zusätzlichen Forschungspunkt pro Runde. Das passt jetzt nicht so ganz zu den restlichen Sachen. Aber das ist wohl der Cyber-Einfluss. Was gibt es hier denn noch so? Wenn du einen Kampf gewinnst, erhältst du plus 20 Effektivität für den nächsten Kampf. Blitzkrieg. Beginnst mit 50 zusätzlichen Jägern. Oh, das würde ich ganz gerne nehmen. Aber nee. Wir wollten die Sachen so nehmen, wie es die Rasse vorschreibt und das machen wir auch mal. Okay. Wir könnten jetzt noch mehr Gegner hinzufügen. Aber das lassen wir erst mal. Wir müssen ja nachher noch das Spiel kennenlernen. Wir könnten die Kartengröße ändern. Ich glaube, das mache ich mal. Ich stelle die mal auf kleiner. 10 mal 10. Achso, hier könnte man eine eigene einstellen. Nee, kleiner ist okay. Planetendichte. Also wie viele Planeten es auf der kleinen Karte gibt. Lassen wir mal mittel. Zufällige Spielereihenfolge. Die Reihenfolge der Spieler ändert sich in jeder Runde zufällig. Das macht bei zwei Spielern, glaube ich, wenig Sinn. Dann könnte einer doppelt dran sein. Also lassen wir das mal so. Zeigetipps des Tages. Oh ja, bitte. Ich brauche ganz viele Tipps. Sonst komme ich hier gar nicht klar. Können wir noch irgendwas einstellen? Karten haben wir. Planetendichte haben wir. Wir haben den Gegner eingestellt. Auch wenn Matzi jetzt nicht unbedingt so ein furchteinflößender Name ist. Okay, mir fällt auch nichts Besseres ein. Lassen wir es halt mal, Matzi. So. Start. So. Tipp des Tages. Durch Antriebstechnologie kannst du weiter fliegen. So wie durch das Versorgungslager. Okay. Die Karte ist echt tierisch klein. Aber deswegen heißt es wahrscheinlich 10 Minuten Spiel und nicht 4 Stunden Spiel. Wir sind in der Runde 1. Wir haben einen blauen Kreis und einen roten Kreis. Achso. Das ist jetzt gerade mein Zug. Wir sind wohl hier. Ein großer Lavaplanet. Maximale Bevölkerung aus 5.1. Wahrscheinlich Millionen. Gebäude hier. Fabrik, Forschungslabor, Stadt. Da unten. Fabrik, Forschungslabor, Stadt. Gebäudeslot. Klicken Sie hier, um ein Gebäude in diesem Slot zu bauen. Ich sehe gar keine Ressourcen. Da stand doch irgendwo was von teuer und sehr teuer und so weiter. Hm. Also Fabrik. Dieses Gebäude produziert Jäger. Er stellt ein Schiff pro Bevölkerungsanzahl. Forschungslabor. Ein Forschungspunkt pro Bevölkerungsanzahl. Stadt. Erhöht das Bevölkerungswachstum und die maximale Bevölkerungsanzahl. Ja. Erforderlich, um Koloniali-Schiffe zu bauen. Das sollten wir wohl gleich mal in Angriff nehmen. Bomberfabrik. Diese Fabrik baut Bomber. Omni-Fabrik. Baut gleichzeitig Jäger und Bomber. Äh. Wir haben jetzt schon Fabrik. Forschungslaboren, Stadt. Das heißt, wir könnten Bomberfabrik oder Omni-Fabrik bauen. Die Omni-Fabrik war aber teuer. Ich nehme mal an, dass es dann länger dauert, gebaut zu werden. Weil es gibt ja keine Ressourcen. Hier ist nur Bevölkerung und da sind unsere Schiffe. Also nehme ich einfach mal die Omni-Fabrik. So. Das ist immer noch grau. Haben wir irgendwo Schiffe? Was haben wir hier denn noch so? Wir haben eine mittlere Lava-Welt. Und da drauf ist irgend so ein Insektenkäfer. Also wahrscheinlich gegnerische Schiffe. Wir haben ein großes Alienwrack. Platziere hier bis zu 50 Jäger, um diese Anomalie komplett zu kontrollieren. Ah. Da hatten wir noch eine Sonderfähigkeit vorhin gehabt. Dass wir nur halb so viele Jäger brauchen, um eine Anomalie zu kontrollieren. Also müsst ihr mich hier 25 Jäger hinschicken. Erhöht Forschungsgeschwindigkeit um bis zu 50%. Diese Anomalie verschwindet nach 11 Runden. Oh. Ah. Also sind die Anomalien doch keine Form von Ressource, sondern einfach nur ein temporärer Bonus. Okay. Was haben wir hier? Eine große Graswolke. Platziere hier bis zu 50 Jäger, um diese Anomalie komplett zu kontrollieren. Weltbevölkerungswachstum. Okay. Und das war's. Wir haben keine Schiffe. Oh, wir haben hier um die Forschung. Ah. Forschung. Umwelt. Erhöht maximale Bevölkerung 0.1. Das klingt nicht ganz so viel. Aber da steht auch noch. Verbessert das Bevölkerungswachstum auf Planeten, die nicht vom Typ deiner Heimatwelt sind. Erhöht die maximale Bevölkerung auf allen Welten um 0.1. Ja, ich denke mal, ist so war mal Lavaplanet. Lavaplanet. Das ist doch genau unser Ding. Also das Ding brauchen wir schon mal gar nicht. Also jedenfalls zuerst nicht. Industrie. Erhöht die Produktion von Jägern und Bomben um 10% pro Stufe. Das klingt sehr, sehr praktisch. Da klicke ich erstmal drauf. Antrieb. Erhöht die maximale Entfernung, die sich deine Schiffe von deinen Kolonien entfernen können um ein Feld pro Stufe. Ah, es ist genau wie Master of Orion in manchen Sachen. Also in Master of Orion war es auch so, dass man verschiedene Stufen von Antrieb erforschen konnte. Und je nachdem konnte man halt nur von den eigenen Kolonien weit weg fliegen. Also man kann nicht immer einfach weiter erforschen. Man muss halt immer weiter Kolonien entdecken oder gründen, um mehr von der Karte aufzudecken. Um auch dahin fliegen zu können. Das klingt schon mal praktisch. Aber wir haben ja schon einen Planeten hier. Und anscheinend haben wir drei Felder Reichweite. Das heißt, wir könnten dann von hier nach da, nach da und auf den Rest der Karte. Also das brauchen wir gar nicht, den Antrieb. Macht das noch irgendwas? Nö, anscheinend nicht. Na gut. Militär. Das haben wir jetzt schon auf drei. Erhöht die Effektivität einer Jäger. Erhöht die P und Schaden um 10% pro Stufe. Ja, das sollten wir auf jeden Fall später steigern. Ja, und Imperium. Pro Stufe kannst du eine weitere Kolonie und 100 weitere Jäger kontrollieren. Äh, da gibt es ein Maximum. Na gut. Du kannst momentan drei Planeten und 300 Jäger kontrollieren. Wir haben gar keine Jäger. Und ich denke, wir werden in diesem ganzen Spiel nur drei Kolonien kontrollieren, weil es gar nicht so viele Kolonien gibt. Also werden wir das auch nicht steigern. Momentan echt nur Industrie und Militär. Also lassen wir es da drauf. Imperium Details. Achso, das ist jetzt so eine kleine Übersicht. Unsere ganzen Daten, die wir schon kennen. Forschungsmöglichkeiten. Oh, was ist das denn? Wir hatten doch gerade Forschung. Ähm. Achso. Okay, also hier gibt es so eine Art Forschungsprojekte. Und man kriegt die Boni von diesen Forschungsprojekten, wenn man diese Sachen hier erfüllt. Also für Biotech 3 bräuchten wir Umwelt auf 6 und Industrie auf 7. Umwelt wollten wir eigentlich fast gar nicht erhöhen, also ist für uns nicht so interessant. Aber das hier. Automatisierte Fabriken 2. Bräuchten wir Militär 4 für. Und Industrie 5. Und Industrie 5.